Hallo, hier ist wieder Anna-Maria, eure River Cruise-Vloggerin. Wir befinden uns gerade auf Arosa Bella auf Familienreise. Was genau das bedeutet und was das Besondere ist für Kids, Teens, aber natürlich auch für die Eltern, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich würde sagen, los geht's! Das Besondere an den Arosa Familienreisen ist der Extra Kids und Teens Club, den es hier an Bord gibt. Das bedeutet, dass Kinder wirklich von früh bis abends hierher kommen können, um an coolen Aktivitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel das Erstellen einer eigenen Schiffszeitung, Bastel- und Stempelaktionen, wobei dann auch ganz persönliche Reiseerinnerungen entstehen, gemeinsames Pizza backen in der Bordküche oder auch mal ein Cocktail-Workshop auf dem Sonnendeck und ganz besonders beliebt eine Schatzsuche. Nach einem aufregenden Tag an Bord, sei es nun im Kids Club, im Pool, oder ganz entspannt auf dem Sonnendeck, könnt ihr dann im Restaurant entweder am Buffet nach Lust und Laune schlemmen oder auch ganz exquisit das Arosa Dining genießen. Bis zum nächsten Mal. Musik Arosa-Schiff liegt hier wirklich mitten im Herzen von einigen der schönsten Orte Europas. Der perfekte Ausgangspunkt, um einen Ausflug mit der gesamten Familie zu starten. Wir sind nun wieder an Bord unserer Arosa Bella und unsere Familienreise neigt sich ihrem Ende entgegen. Wir hatten wirklich eine so schöne Zeit hier an Bord mit unendlich vielen Abenteuern. Die Kinder haben es geliebt, sich im Kids Club so richtig auszutoben. Und die Eltern hatten mal ein bisschen Freizeit und konnten diese dank des Premium alles inklusive Konzepts auch so richtig genießen. Wir haben aufregende Städte entdeckt, die wunderschöne Landschaft hier an Bord dann uns vorbeiziehen lassen. Aber das eigentlich Größte war wahrscheinlich das Abenteuer Schifffahrt. Das Abenteuer Arosa Bella. Also wie sieht es bei euch aus? Wann erlebt ihr eure schöne Familienzeit mit Arosa?